Hallo erstmal liebe Linke, ich freue mich heute hier zu sein. Wallahi billahi ist eine Ehre für mich. Ihr seid in meiner Hood, ihr seid in meinem Bezirk. Herzlich willkommen. Aber ich muss leider sagen, benehmt euch hier. Ihr seid nicht von hier, verstehst du was ich meine? Nicht, dass ihr falsch rüberkommt oder so. Wallah, Schwester, Beste, ja. Guck mal, gleich der Kanake, der schreit, an den müsst ihr euch halten. Sie weiß alles. Kommt mal ein bisschen nah hier, kommt mal ein bisschen zu mir. Ich beiße nicht, Wallahi, ja, ganz ehrlich. Dankeschön, ich freue mich. Guck mal, die Frauen, gleich die Frauen. Das habe ich mir schon gedacht, das finde ich gut. Siehst du, das ist der Unterschied. Ich finde es super. Gott sei Dank gibt es euch. Liebe Linke, dieses Jahr fängt gerade an. Ihr habt richtig einen Arsch voll Arbeit auf euch zukommen. Oh lifestyle, dieses Mal, es ist leider 2019, es gibt es leider keine mehr. Ah, vielleicht. Das ist vorbei. Diesmal, wir brauchen linken Power und ich komme extra vom Zentralrat der Kancken, um euch zu sagen, was wir von euch wollen. Ja, Dankeschön. Nummer 1. Es gibt so eine Partei, die hört sich fast an wie AKP, aber ich glaube, es ist ein F dazwischen. Guck mal, ihr müsst die wegmachen. Es tut mir leid. Manchmal, man muss Müll nicht nur trennen, man muss ihn auch entsorgen. Tut mir leid. Ich versuche so nett zu sagen, wie ich kann. Und ich verlasse mich auf euch, weil ihr wisst, die anderen Parteien sind alle so ein bisschen... Zur CDU haben wir Kanaken keine Nähe. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an unserem Innenminister. Kennst du ihn? Kennst du diese Seeopfer? Ich muss sagen, tut mir leid. Weil das Problem aller Probleme ist ja die Mutter aller Probleme, ist ja Integration. Wer sieht das auch so? Liebe Dame, sehen Sie das auch so? Ist gar nicht Mutter wahr. Ist nicht mal Cousine. Ganz ehrlich. Es ist schwierig, weißt du. Und dann die Leute drehen alle durch. Und ich finde, jetzt ist ja was passiert. Du weißt doch, Ansbach oder Ansbumsbingdings, ich weiß nicht. Und, und, äh, Bottrop. Also es gab es ein paar Jugendliche, die haben geschlagen, was auch schlimm ist. Man muss auch was sagen. Und dann gab es diesen psycho-individuellen Einzeltäter, der natürlich überhaupt für niemanden repräsentativ ist. Der Kanaken umgefahren hat. Hast du mitgekriegt? Und genau das meine ich, ich finde, Seehofer muss langsam Verantwortung übernehmen und Mittäterschaft anzeigen. Tut mir leid. Wer solche Sachen sagt, der bringt die Leute dazu. Wir wissen das alle. Ja. Roller, Dankeschön. Habt ihr gesehen? Ich habe extra meine Goldschuhe vor euch angezogen. Nur für die Linken, ganz ehrlich. Ich weiß, bei euch gibt es auch Ärger, es gibt Trouble, weißt du, was ich meine? Mann, das ist dieses Meinungsspektrum und so eine Scheiße. Aber, guck mal, ich wollte nur noch mal für alle, die nicht genau Klarheit haben. Rechts ist keine Meinung, sondern eine kognitive psychische Erkrankung. Ja. Informationsverarbeitung ist für Rechte eine extreme Herausforderung. Und ich finde, wir müssen sie langsam einweisen und ihnen helfen. Ich stehe im Namen der Liebe, verstehst du, was ich meine? Ich will denen nichts Böses. Ich will nur, dass sie aufhören, mich umzubringen, verstehst du? Also, du weißt, was ich meine, NSU und so, Schwester. Egal. Ganz ehrlich, ich freue mich alle, dass ihr da seid, weiße Hemd. Wo kommst du her? Welcher Bezirk bist du? Was machst du? Warte, du weißt doch, in Filme, das weiße Hemd stirbt zuerst. Was machst du, Bruder? Bist du auch? Was machst du? Bist du Partei-Dingsbums? Was stehst du bei der Straße, sagst du, komm zu den Linken? Oder was machst du? I'm an international guest. Oh, you're international. No problem. We're international too, my brother. No problem. From where are you? From where? From where are you? From Slovenia. Slovenia. Oh, welcome. Ein Applaus für Slovenia. Mashallah. What is Slovenia exactly? Ah, you mean country? Ah, chicken country. Okay, my brother, okay. You did convince me, okay. Oder ganz ehrlich, ich muss hier gucken, wer ist hier überall? Oh, guck mal, diese vielen Jungfrau. Bist du auch bei den linken, Schwester? Was machst du da? Räumst du auf? Ja, machst du Schluss mit dem Patriarchat? Ja, ich schwöre. Auch, was jetzt gerade in Frankreich abgeht mit gelben Westen, ist auch hart, wa? Die gelben Westen, ich denke, wir sind diese zivilisierte Mitteleuropa. Warum dürfen die keinen Stress machen? Verstehe ich gar nicht. Ist doch Demo. Man geht doch auf Straße. Ja, okay, man muss nichts anzünden, aber kann passieren. Verstehst du? Kann passieren. Aus Versehen, äh, Allah, mach uns alle Sorgen. Aber ich habe vorhin einen super Spruch gehört, und zwar, ähm, Lenin hat mal gesagt, warum es in Deutschland niemals eine Revolution geben wird. Wer weiß? Weil man den Rasen betreten müsste. Das war der Grund, er hat so gesagt. Er ist ein guter Junge, weil ich bring die immer durcheinander. Stalin, Lenin, das ist der gleiche Name, ist schwierig manchmal. Ist egal. Schwester, ha? Was sagst du? Ich soll mehr nachdenken. Ja, du hast recht. Ja. Aber kann auch gefährlich werden, du weißt. Vier Blocks und so. Ganz ehrlich, ich freue mich wirklich, Wallahi. Guck mal, was soll ich dir erzählen? Wir sind in einer Zeit, wo wir alle eine persönliche Herausforderung haben. Nicht nur als Politikers. Du bist hier nicht nur als ein, ich bin ein Politiker, ich bin bei Linke, ich mache Vernetzung. Nein. Du bist hier als Mensch. Und du hast eine Herausforderung. Deine Herausforderung ist, aus Wut und Aggression was Gutes zu machen. Aber ganz ehrlich, mein lieben Kartoffel, ich liebe euch über alles. Aber wir wissen, wir wissen auch mit Aggression, diese passiv-aggressive Sache, die ist ein bisschen schwierig für euch. Ihr seid gewohnt, undercover-aggressiv zu sein. Das ist dann manchmal, man weiß gar nicht, was meint er jetzt. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. Also, wenn Deutsche sich streiten, ich habe das beobachtet, der, der am ruhigsten bleibt, gewinnt. Wallahi, der, der am ruhigsten bleibt, schwimmt wie Fett auf der Suppe oben. Er ist die Leitkuh, er hat seine Gefühle im Griff. Bei uns Kanaken, deshalb, wir verstehen manchmal Missverständnis, ist genau umgekehrt. Wir sind aktiv-aggressiv. Bei uns, der, der am lautesten ist, gewinnt. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber so läuft das. Ihr müsst das wissen, liebe Linke, warum? Weil wir sind die nächste expandierende Wählerschaft, verstehst du? Leider, diese Sache mit Kindern, leider. Es ist viel Arbeit, wenig Zeit für Kinder. Was kann man machen? Wir haben nicht so viel Arbeit, aber dafür sehr viel Zeit für Kinder. Aber ihr müsst dran denken, Wallahi, wir sind eure Zukunft, ich schwöre auf alles. Okay, es gibt's auch, guck mal, da sitzt ein Abi-Türke, er redet normal, okay? An ihn müsst ihr euch wenden, wenn's um uns geht. Bist du ein, was bist du? Du bist auch so ein Ausländerm Kind. Ich seh gleich, ich seh an deinem Blick. Er hat diesen Dingsblick, er hat diesen Provokationsblick. Verstehst du, was ich meine? Du wolltest laut reden und die haben dir gesagt, pssscht. Ja. Aber, aber, äh, wenn du jetzt bei Alltag... Ist deine Freundin, seid ihr zusammen? Schon sehr lange. Schon lange zusammen, wie viele Kinder? Ja, da bin ich doch sehr deutsch. Aha. Verstehst du, das geht nicht so, Bruder. Wir wollen, dass eure Genetik weiterlebt. Verstehst du, nicht alles an euch ist schlecht, hallo? Ganz ehrlich. Nein, es ist wirklich so, wenn ich in den M29er steige und ich telefoniere mit meiner Cousine. Guck mal, ich hab eine Cousine, sie klaut mir ständig meine Sachen. Sie klaut mein Lipgloss, mein Lidschatten, alles. Und dann, ich muss sie anrufen und ihr auf aktiv-aggressiv klarmachen, dass sie die Scheiße lassen soll. Guck mal, wenn ich passiv-aggressiv hingehen würde zu ihr und sagen würde, Aileen, kannst du mir bitte, bei bitte, sie liegt schon auf tut, tut, tut. Also, ich ruf sie auf aktiv-aggressiv an, weil ich mein Lipgloss zurückhaben will. Also, ich ruf an, ich sag, Aileen, du Nutte. Wallah, ich klatsch dir so hart eine, so viel Lipgloss gibt's nicht, wie dick deine Lippe ist, Wallah. Hinter mir sitzt ein Almani und rollt, ich höre, wie er seine Augen rollt. Ah! Das ist diese passiv-aggressiv. Ah! Wallah, ich hab jahrelang nicht verstanden, ich wusste nicht, was er will, weißt du, aber auf passiv-aggressiv für alle Ausländer, die hier sind, für dich, Kanake, Bruder, wenn die so machen mit Augenrollen, die sagen, halt die Fresse, du bist zu laut. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt die Übersetzung davon. Diese passiv-aggressiv ist eine andere Nummer, ganz ehrlich. Aber wie macht man jetzt, egal welche Aggression, was Gutes daraus? Weil wir haben gewohnt, wir sind gewohnt, unterdrücken die Gefühle. Unterdrücken, arbeiten, Burnout, sterben. Wir müssen diese Gefühle wieder auf Platz 1 bringen, weißt du, was ich meine? Und deshalb, wir brauchen eine Aufklärung für die Aufklärung. Wallah, ja. Du weißt doch, diese Immanuela Kant, kennst du ihn? Er hat Bücher geschrieben und so, katatonisch, antiprimitiv, keine Ahnung, sowas in der Art. Ja, und er war auch so mit Vernunft, Manunft und so, aber weißt du, das ist so eine männliche Sache. Wenn männlich und weiblich nicht balanciert ist, gibt es immer Ärger auf der Welt. Ist euch nicht aufgefallen? Ich schwöre deshalb, sowas wie Frauenrechte, wir müssen vorantreiben. Aber Bruder, ich will nicht in einem Land leben, was mir erzählt, ich habe Frauenrechte und mir dann erzählt, es gibt es Paragraf 18, 218. Ich darf nicht über meinen Körper. Ja, nee. Was bin ich dann? Eine emanzipierte Legehenne oder was bin ich dann? Verstehst du, was ich meine? Hör mal auf, damit mein Körper gehört mir, das geht nicht einen Scheißdreck an, was ich damit mache. Und wenn ich morgens bis abends abtreiben will, ist das auch meine Sache. Oh, na ja. Ja. Ich finde das gut. Ein Mann klatscht mit, er guckt sich um. Weiß gar nicht, wovon die redet. Ich mache Spaß, ja. Das sind alles so Sachen, wir müssen endlich aufhören, so fake zu sein. Weißt du, du kannst eine fake Louis Vuitton-Tasche haben, aber du kannst keine fake Politik haben. Das geht nicht. Oh, na geht nicht. Ich sage ganz ehrlich, kannst du nicht kaufen irgendwo, weil diese Politik, was wir jetzt brauchen, wir brauchen eine Rückkehr zur Menschlichkeit. Und diese neoliberale Scheißdreck, was unser Leben fickt, okay, jeden Tag. Und glaub nicht, wir wissen nicht, was das heißt, neoliberal. Wir wissen. Weil wir baden die Scheiße aus. Ja, ist so, ist so. Also, wir haben nur den kleinen, mini-kleinen Wunsch, dass ihr Linke dieses Neoliberale wegmacht. Ihr habt halbes Jahr Zeit. Und wenn wir nicht an euch glauben würden, ich würde hier nicht stehen. Verstehst du? Wenn es einer kann, dann ihr. Ja. Ja. Oh, na ja. Ich will nicht so viel sagen, aber ihr habt eine Sängerin, die heißt Sarah Connor. Sie muss aufhören, diese Lieder zu singen. Ist bei uns wachsende Partei, als Zugehörigkeitsgruppe nicht gut angekommen. Nur, dass ihr wisst. Verstehst du? Sie ist ein guter Mensch, aber weißt du, du weißt. Das ist eine Sache. Wir müssen das alles loswerden. Und wir müssen die Verrückten aus dieser Politik rauskriegen, die sich entsparen. Ja. Dankeschön. Reicht schon. Kann ich so stehen lassen, oder, Bruder? Kann ich so stehen lassen. Ganz ehrlich, wir brauchen euch mehr denn je. Ihr müsst die ganzen jungen Leute reinholen. Deshalb, ich bin stolz. Guck mal, wie viele schöne junge Frauen hier sind. Liebe Männer, bitte nicht passiv sein. Erkenne das Potenzial, mein Bruder. Okay? Nur für dich jetzt. Ich mach mir Sorgen. Nicht, dass ich dir einer aus dem Dorf holen muss. Verstehst du? Bitte, guck mal. Auch mit Brille hübsch. Diese Brille ist aber auch, guck mal, deshalb, wir tragen Unterschicht, trägt nie Brille. Weil Unterschicht, Brille, Brille heißt, ich hab einen Job und ich muss nichts mit meinen Händen machen. Verstehst du was? Brille ist nicht unser Ding. Wir machen farbige Kontaktlinsen mit sieben Streifen. Verstehst du? So was machen wir. Nein, ich muss kurz sagen. Man weiß ja immer nicht. Weißt du, wir haben uns so selten kennengelernt, aber glaubt mir, wir sind bei euch. Aber wir haben einige Probleme. Wir haben doch diese Chancengleichheit. Stimmt? Ja, wir haben doch, steht doch bei diesem Grundgesetz. Chancengleichheit. Okay, wir haben keine. Ihr wisst schon, was ich meine. Wer hier in Berlin ist, bitte tu mir einen Gefallen, diese Empfehlung für weiterführende Schulbildung, bitte abschaffen. Es reicht langsam. Du kannst dich chancengleich machen und mir in die Fresse sagen, dass ich nicht chancengleich genug bin. Verstehst du? Das geht nicht. Ist uns nur aufgefallen. Ist euch auch aufgefallen. Ich merke schon. Verstehst du, das ist eine komische Sache geworden, ja? Deshalb, diese ganze Politik ist durcheinander gemischt. Schwester, was willst du machen, wenn du dann richtig in Politik groß bist? Was willst du machen? Was sind deine Träume? Ja. Mehr politische Bildung. Mehr politische Bildung. Okay. Der war erst mal gar nicht so schlecht. Okay. Aber bitte, ihr müsst übernehmen und ihr müsst mehr Frauen reinholen. Weißt du was? Die sind ganz alleine, die Armen. Verstehst du? Die können auch nichts dafür. Guck doch mal. Der kann kaum noch stehen. Es ist so. Es ist so. Wir müssen den Männern das abnehmen. Langsam. Aber natürlich, wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht unterdrücken. Manche fühlen sich jetzt schon unterdrückt, weil sie uns nicht an den Arsch fassen dürfen. Wallah, MeToo. Ist dir aufgefallen? Bei MeToo und MeToo war gleich der Abwehrmechanismus. Ist dir aufgefallen? Bei Frauen, man sagt das auch, ja, was hast du denn jetzt? Du bist ja voll in deiner Opferrolle. Du musst da mal rauskommen. Und überhaupt, du bist ganz schön empfindlich. Wallah, und sagen sie das auch. Die ganze Zeit. Wenn ich sage, guck mal, du hast gerade Rassismus gemacht bei mir. Ich höre dieselbe Sache. Du bist so empfindlich. Du musst aus deiner Opferrolle rauskommen. Was ist das, ja? Ganz ehrlich, nein. Ich will dir mal was sagen zur Opferrolle. Dankeschön. Ich sage dir mal was zur Opferrolle. Wo es ein Opfer gibt, gibt es immer einen Täter. Ich würde sagen, die Täter müssen aus ihrer Täterrolle. Das ist alles so durcheinander, was kann man machen, ja, ganz ehrlich. Geht's dir gut, Schwester? Du hast heute einen guten Abend? Ja? Von wo kommst du? Bist du Berliner? Du bist nicht Berliner. Von wo? Nordrhein-Westfalen. Ihr Beste. Ein Applaus. Wollen wir? Ich meine, sie lebt mit 75 Prozent. Verstehst du, was ich meine? Das ist schon hart. Ich bin einmal in Duisburg ausgestiegen und an dem Augenblick, ich habe euch Deutsche verstanden. Ich habe nur Kanaken gesehen und zwei Deutsche mit Rollator. Da kriegt man schon Filme. Ich gebe es zu. Verstehst du? Aber ansonsten, weißt du, ihr wisst ja, es ist immer das gleiche Spiel. Man will einfach nicht, dass jemand über dich schlecht redet. Wir Kanaken haben in der letzten Zeit so viel auf die Fresse gekriegt und wir müssen das ändern, auch diese ganze Medienscheiße. Weißt du, es kann nicht sein, dass ich so ein Problem, Mutter aller Probleme und dass man das auch noch so einfach so sagen kann, ohne dass es eine Konsequenz gibt. Warum gibt es keine Konsequenz? Was ist das? Ja. Ja. Dankeschön. Oh, naja. Das müssen wir auf jeden Fall beseitigen. Wir müssen ein bisschen mal wieder klarkommen mit der Welt und uns nicht wundern, warum dann das so ist, wie du denkst, dass es ist, obwohl ist es nicht so. Weißt du, die Sache ist so, alles, was du denkst, wirst du irgendwie sehen. Meine Oma hat das schon gesagt. So funktioniert das im Leben. Also überleg dir genau, was du denkst. Weil das, was du denkst, wirst du sehen. Und wenn du denkst, alle Migranten sind asozial und kriminell und kacke, das wisst ihr auch alles. Ich sag nur noch mal für Standard. Verstehst du, was ich meine? Wenn man immer so denkt, dann hat man was? Kriminelle, asoziale Kranacken. Aber viele von euch haben uns unterstützt und ihr müsst das wissen. Denkt nicht, dass wir über euch alle denken, ihr seid alles Nazis, das stimmt nicht. Wir denken nicht so. Weil auf einen, der uns gesagt hat, dass wir Dreck sind, kamen fünf von euch, die uns gesagt haben, dass wir gut sind und dass es gut ist, dass wir hier sind. Dafür will ich danken zu sagen. Wirklich, Wollah, ja? Danke von ganzem Herzen. Danke. Und damit das auch so bleibt, müssen wir diese AKP, äh, diese, du weißt, müssen wir loswerden. Weil die sind nicht für uns. Aber wir sind für euch. Lasst uns teilhaben. Schwester, wem schreibst du? Nein, nicht laut sagen. Ist kriminell? Ja? Ich finde mehr Mut zu eigenen Regeln. Man braucht auch sowas. Erzählst du mich später? Ich wusste gleich, du bist meine Schwester, sie hat Adidas-Hose an. Ich schwöre auf alles. Sie ist meine Schwester, ich habe gleich gesehen. Meine lieben Linken, auf euch wartet ein hartes Jahr. Sie werden euch korrumpieren wollen, mit Geld beschmeißen. Sie werden euch bedrohen. Sie werden euch einschüchtern. Aber seid gewiss, ihr seid nicht alleine. Diese drei Millionen Kanaken könnten eure sein. Könnten Wallahi eure sein. Wir wollen gar nicht viel. Nur, dass wenn faschistische Polizistennetzwerke ausfliegen, wir wollen eigentlich nur, dass sie anstatt suspendiert zu werden, in die EU-Haft kommen. So wie mit uns das gemacht wird. Wallah, ja. Ich sehe schon, ich rede zu meinen Leuten. dieses Jahr 2019 wird rauf gehen und wird runter gehen, wird rauf gehen, wird runter gehen. Deshalb, du brauchst als Mensch eine feste Basis. Weißt du, nicht alles macht Sinn. Manchmal, du musst als Mensch deine Intuition benutzen. Und darin sind wir Frauen, ganz ehrlich, auch ein bisschen mal Vorreiter. Verstehst du, was ich meine? Weil die mussten ihre unterdrücken, wegen Kant. Es ist so. Die durften nicht Gefühle haben. Toxische Männlichkeit. Weißt du, und ich will euch heute sagen, wie man aus Aggressionen was Gutes macht. Guck mal, bei uns, also wie soll ich dir sagen, in der Natur, es ist genauso wie bei mir zu Hause. Also, bei mir zu Hause, es ist so, meine Mutter schreibt meinem Vater den ganzen Tag an, du Opfer, du Lauch, du Spast. Aber, wenn du von Natur aus betrachtest, naturwissenschaftlich, es ist richtig so. Warum? Weißt du, wie eine Muschel eine Perle macht? Ich sage dir, guck mal, eine Muschel, sie wird mit schlechter Laune geboren. Es ist leider so. Eine Muschel kommt auf die Welt und ist sauer. Deshalb auch Miesmuschel. Miese Laune. Und damit aber Frieden ist im Muschel Land und sie nicht einen Kalaschnikow bestellt bei Putin und alle abknallt, produziert sie eine Perle. Und diese Perle, es geht nicht um die Perle, es geht darum, dass sie ihre Aggressionen los wird. Und ich schwöre dir, genau gleiches Gesetz wie zu Hause, weil, guck mal, meine Mutter, sie schreit ihn an. Sie macht ihn fertig. 40 Jahre. Aber was haben sie erschaffen? Eine Perle! Ja! Und deshalb sage ich euch, lasst uns da rausgehen und lasst uns Perlen machen aus allem, was uns entgegenkommt, aus allem, was uns sich entgegenstellt. Wir nehmen diese Mauern, die gebaut wurden, und machen daraus eine Perlenkette. Yallah, bis zur Queen! Bis nach England! E-Deutsche! Liebe Linke, das war's von mir, Gillette Aysche für links. Dankeschön! Einen schönen Abend noch, macht Party! Dankeschön! Dankeschön! Aber eine Sache noch, eine Sache! Guck mal, 2019 und ihr serviert Weißbrot. Ich habe eine Glutenallergie. Wenn man mit vielen Deutschen lebt, dann kriegt man diese Allergien. Also bitte nächstes Mal Vollkorn, glutenfrei und ohne Soja. Dankeschön! Beste! Vielen Dank! Dankeschön! Abend! Danke!